Aufgepasst, Feuerwehrleute! Am 4. Mai ist Tag der Feuerwehr. Der wird von Kikaninchen und seinen Freunden gebührend gefeiert. Schaltet dieses laute Haumdings an! Ja, das ist gut. Mit vielen Filmen von Feuerwehrleuten. Wow! Und denen, die es werden wollen. Eines Tages möchte ich ein echter Feuerwehrmann sein. So wie du! Und natürlich tollen Bastelanleitungen. Seht mal, das Löschfahrzeug! Warum bastelst du dir nicht einfach deine eigene Steckfeuerwehr? Und feierst mit Kikaninchen und seinen Freunden den Tag der Feuerwehr. Auf kikaninchen.de